Hey Freunde, willkommen zum letzten Teil der 3er Serie von den kleinen Alba Batterien. Falls ihr die anderen zwei Serien verpasst habt, ich packe euch hier oben in dem i später mal, da ist das i, da. Ich packe euch später da mal die anderen Videos rein von den anderen 3er Fächern. Wir haben schon die Asoca, die Aeon getestet im 3er Fächer. Jetzt ist hier heute die Aidos dran oder Aidos, je nachdem wie man die aussprechen möchte. Auch hier wieder die Batterien sind baugleich. Wir haben hier 7 Schuss auf 56 Gramm NEM. Ja, das war natürlich mal wie das Handy, das kennen wir ja schon mal. 25 Meter Effekt Höhe, 10 Sekunden Brenndauer pro Batterie und kostet 2,50 Euro. Dann würde ich sagen, ich baue den 3er Fächer und dann gehen wir gleich raus zur Zündung. Aber bevor wir das machen, lasst doch ruhig mal ein Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und Abo kostet nichts, ist kostenlos für alle. Ich freue mich, wenn ich ein Abo dazu bekomme und ich weiß ganz genau, dass diese Videos bei euch ankommen. Und dann kann man natürlich diese Art von Videos weitermachen. Also genug gelabert, gleich mal raus zur Zündung der 3er Fächer Aidos, Aidos, je nachdem. Macht's gut. So Freunde, der erste oder beziehungsweise ein 3er Fächer von den Alba Batterien wie Aidos geht jetzt los. Mal spannend. Der Verbund war der 7,50 Euro. Mal sehen, wie die Blüte jetzt. Also ich muss sagen, für 7,50 Euro relativ gut. Leider gottes Zug bei die Fächer. Na ja.